Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Im letzten Part haben wir das Rätsel um den Mann mit den abgetrennten Beinen gelöst, sind weitergelaufen, haben den Damm überquert und sind jetzt hier in einem doch recht zerfallenen Gebäude angekommen. Wir können uns jetzt hier von Raum zu Raum begeben. Das war dann wohl direkt schon falsch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in der richtigen Reihenfolge durchlaufen müssen. Das hatte ich nämlich eben schon vermutet. Ja, wir müssen hier diesen etwas komisch anmutenden Bibeltext lesen. So, dadurch. Dadurch. Gibt es aber auch keine weiteren Hinweise, die wir aufheben können. Ja, dadurch, dass es jetzt schon wieder rot war, ist es wohl nicht korrekt gewesen. Wir kommen durch diese Türen auch immer an andere Räume. Naja, hier müssen wir wieder vorne rauskommen. Einmal probiere ich es noch, ansonsten gucken wir uns auch erstmal ein anderes Haus an. Das war ja schon wieder falsch. Oh, jetzt haben wir hier sogar auf dem Dachboden gelandet. Das ist quasi eine Art Portal. Diese ganzen Türen. So, ja, zurücklegen. Jetzt laufen wir hier durch. Das war da die falsche Tür auf jeden Fall. Also nehmen wir einfach mal eine Tür, die hier oben ist. War auch wieder nicht korrekt. Aber hier liegen ein Haufen Bücher rum. Keine Ahnung, ob die uns irgendwann mal interessieren. So, gehen wir hier durch. Das war aber auch schon wieder die falsche Tür. Ich wollte jetzt nur mal gerade ausprobieren, ob tatsächlich die beiden die falschen Entscheidungen sind. Huch! Und nun stehen wir vor der Tür. Das war irgendwie anders gedacht. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo wir uns befinden. Ach, wir wurden gleich in ein komplett anderes Haus geportet. Okay, dann würde ich sagen, wir betreten dieses Haus einfach mal. Wenn da für irgendwo eine Tür offen steht. Ne, hier nicht. Da hinten vielleicht? Ah, es könnte vielleicht sein, dass wir... Ah, hier oben vielleicht. Schauen wir mal. Irgendwo hier gibt es mit Sicherheit eine Tür, durch die wir ins Haus kommen. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in dem anderen Haus richtig durch die Türen gehen müssen, damit wir überhaupt in die anderen Häuser reinkommen. Das ist natürlich auch möglich. Das scheint mir auch schon fast so. Was haben wir denn hier hinten? Vielleicht eine Seilbahn? Ah nein, das ist ein Aufzug. Ah, aber keine Schalter drin, also können wir das gute Teil auch nicht rufen. So, jetzt überlege ich gerade, wo könnten wir als nächstes hin. Das Haus ist zu, also muss ich wohl oder übel wieder in das andere, in das, was hier oben am Hang steht. Und muss hoffen, dass ich so dann irgendwie in das andere Haus hineinkomme. Bestimmt auch schon wieder genau das nächste Rätsel, welches wir eben lösen müssen. So, das legen wir zurück. Jetzt gehen wir in diese Tür. Gehen wir mal durch diese Tür. Oh, das war wohl sogar die richtige. Diese Tür. Das war die falsche Tür, verdammt. Na, irgendwie müssen wir wieder vorne rauskommen. So. Nochmal. Diese Tür. Versucht euch das Ganze einfach mitzumerken. Dann ist es diese Tür. Hä? Das war doch eben die richtige. Tja, oder ich irre mich einfach mal wieder komplett. Diese Tür. Was ist diese Tür? Ne, dann ist es nicht diese Tür. Verdammt. Die Räume sind auch immer anders, wie ich gerade sehe. Nur, wonach soll ich da gehen? Nochmal. Also, irgendwie. Huch. Und schon wieder sind wir zum anderen Haus teleportiert worden. Ja, komische Geschichte. Da hinten geht es auch noch einen Berg hoch. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wo es da gibt. Ah, Moment mal. Da. Die Tür ist offen. Oder? Äh. Okay. Irgendwelche Clipping-Fehler? Also, für mich ist das Haus da, so wie es jetzt gerade ist, offen. Ich habe mich eben schon gewundert, warum das hier nicht so ganz übereinstimmt. Aber gut. Mal sehen. Gibt es hier unten irgendeine Information, die für uns von Belang ist? Nö. Da hinten geht es noch irgendwo hin. Laufen wir einfach mal hin. Weil darum geht es ja, dass man hier einfach diese Welt erkundet. Wir werden bestimmt noch auf allerlei interessante Ecken dieser Welt hier stoßen. Hm? Okay. Ja, er ist wohl durch zu viele Portale gleichzeitig gegangen. Alleine heute durch 30, wie wir eben gesehen haben. Ist klar, dass man da ein bisschen bekloppt wird im Hirn. Mal schauen, wo uns diese Straße hier hinführt. Also, das macht auch so ein bisschen diesen Charme vor diesem Spiel aus, dass man hier wirklich von A, von der Brücke, wo wir angefangen haben, bis hier quer in die Wildnis reingeworfen wird. Also, man hat wirklich hier alle Freiheiten, die man sich vorstellen kann. Dazu kommt natürlich diese bombastische Grafik und diese wirklich sehr detailliert gestaltete Welt. Also, da haben sich die Entwickler wirklich mal richtig reingehängt und haben Sonderschichten eingelegt. Mal gucken, ob er hier wieder einen kleinen Monolog zu hat. Ja, aber da hinten gibt es irgendein Gitter. Was haben wir hier? Ah, ich dachte schon, das wäre eine Höhle gewesen. Wenn wir die Türe öffnen. Ja, dazu brauchen wir erst einen Schlüssel. Was ist denn dahinter? Sieht ja fast aus wie Gold oder Lava oder sowas in der Richtung. Aber dafür müssen wir uns hier noch ein bisschen weiter umsehen. Irgendwo in dieser Welt sind alle Hinweise versteckt, die wir brauchen. Und ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Immer noch besser, als tatsächlich rauszugehen und zu wandern. Ein ziemlich steiler, steiniger Hügelpfad hier. Gucken, wo der uns hinwirft. Das ist echt eine Riesenwelt. Sehr philosophisch, was dieser Typ hier so an Monologen raushaut. So, hier auf jeden Fall schon so einiges an Holz gerodet worden. Hier sehen wir auch irgendwie, ich weiß nicht, ist das Hogwarts? Sieht auf jeden Fall aus wie eine alte Kirche, in der sich auf jeden Fall wieder atemberaumend die Sonne spiegelt. Nur so nebenbei. Wir gehen einfach runter und schauen uns das Ganze aus der Nähe an. Irgendwo gibt es dann bestimmt auch schon wieder den nächsten Fall, den wir lösen müssen. Wir gehen erstmal hier runter. Ah, hier haben wir doch direkt was, was wir untersuchen können. Verbrannte Streichhölzer, Ölkanne. Verschüttetes Öl, runder Fleck. Öllampe. Irgendwo hier soll sich eine befinden. Was ist doch das Ding da, oder nicht? Ah, okay. Die liegt wohl in der Kirche. Zerbrochen. Wir sehen, hier draußen gibt es bestimmt weitere Hinweise. Oh, und erneut Blutlachen. Pinsel. Ah ne, Krähenkadaver. Blut als Farbe benutzt. Krähe getötet. Mit was? Einen Skalpell, einem Rasierer. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, hier irgendwo. Da. Oh, da liegt ein Toter. Was auch sonst? Ist das vielleicht der alte Opa? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Art Mausoleum. Ja, schon. Tja, okay. Gehen wir nochmal hier runter und schauen mal, wen wir da unten vorfinden. Gut, da wird aber nicht viel passieren, ohne dass wir eine Fackel haben. Ja, hier können wir uns untersuchen. Griff. Krähe. Ah, da muss wohl eine andere Krähe noch hingesetzt werden. Die befindet sich... Ah, die liegt wohl irgendwie mitten draußen auf einem Feld. Mal schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ja, bei dem Hebel passiert natürlich nichts. Okay. So, wir sind auch schon wieder am Ende von diesem Part hier angelangt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann gehen wir den weiteren Hinweisen nach. Und dann schauen wir mal, was hier so vor sich geht. Schaltet wieder ein. The Vanishing of Isen Carter. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.